Hallo liebe Fans, der TUS Koblenz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Schön, euch mal wiederzusehen. Zumindest seht ihr mich und ich euch irgendwann auch mal wieder. Heute will ich euch festliche Weihnachtsgrüße senden. Schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich bin hier gerade aktuell im Wald unterwegs. Es ist schon ziemlich gut am Regnen. Die Kamera ist sehr nass geworden, aber das scheint mir jetzt nicht so wichtig zu sein. Auf jeden Fall bin ich gerade hier mal wieder outdoor unterwegs. Dann mache ich euch auch noch ein Video zu. Aber jetzt erstmal schöne Grüße an alle Fans der TUS Koblenz, Zuschauer im Stadion Oberwerth, alle Fußballfans. Und ich hoffe, es geht irgendwann weiter. Wir sehen uns wieder. Wird, wenn es Zeit hat, mal wieder weiter geht. Ich vermisse die ganze Auswärtstouren. Von mir nochmal frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr an euch alle. Bleibt gesund und munter.